Ich bin ein guter Soldat Die Schäden, die waren kollateral An sie zu denken, macht mir das Leben zur Qual Tote Körper, überall Und ich hör den General Der Dachse Banking 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 Einen eigenen Krieg? Bin ich jetzt irre? Ist diese Reaktion normal? Der Tod von Kindern ist niemals kollateral. Auf den schlechten Zeiten wollte sie zu mir stehen. Ich hab sie angeschwägt, ich will nichts zu geben. Aber seit Monaten bin ich nur täglich laut. Das war schon viel für meine beliebte Frau. Danke, danke. Feigen. 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 Vielen Dank.